Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch Update begrüßen. Das Thema Verunsicherung treibt uns alle um, die geopolitische Komponente kommt durch den Krieg von Russland gegenüber der Ukraine, natürlich neue Nahrung. Viele Themen, die vielleicht zuletzt vor einigen Jahrzehnten im Rampenlicht standen, sind nun auch wieder aktuell und wir stellen vermehrt fest, dass Anleger sich mit geopolitischen Fragestellungen beschäftigen und auch das Thema Schweiz zunehmend in den Fokus rückt, zumindest dann, wenn man die Anfragen berücksichtigt. Von daher haben wir in die wichtigsten Punkte in der Online-Konferenz zusammengefasst. Es geht vor allem um eine praxisorientierte Perspektive und dann auch den Blick über den Tellerrand, was unsere Meinung bezüglich des Instrumentes Schweiz, Lagerstelle in der Schweiz und die Rolle in der Vermögensplanung angeht. Also die Frage, soll ich einen Teil meines Geldes in der Schweiz anlegen, das werden wir uns gleich mal im Detail anschauen, werden das etwas sezieren, was sind vor allem die Motive, die auch dahinter stehen, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt. Aus unserer Perspektive sind das die typischen drei Themen, die Anleger immer wieder fokussieren. Zum einen natürlich mit der Schweiz wird eine politische und rechtliche Stabilität verbunden. Das ist natürlich ein Aspekt, der in diesen Zeiten immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir haben das auch verstärkt festgestellt, letztes Jahr, Sie erinnern sich an den sehr lang anhaltenden Lockdown von quasi Anfang November bis dann früher letzten Jahres. Auch dann hat man gemerkt, die Menschen sind zu Hause, der Lockdown, die Einschränkungen durch die Politik, dazu die politischen Umfragen, die eine rot-rot-grüne Regierung als machbar gesehen haben. Aspekte wie die Vermögensteuer, all das hat dazu geführt, dass damals das Thema Familienstiftung sehr stark im Fokus der Investoren nach vorne gerückt ist. In vielen Fällen ist dann nichts passiert in der Umsetzung, weil sich die Bogen geglättet haben und unsere Meinung war ja damals auch, dass für viele Familien, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, andere Lösungen der Vermögensstrukturierung unter steuerlich-rechtlichen und anderen Gesichtspunkten deutlich sinnvoller sind. Aber ähnlich, so ein bisschen gefühlt aus der Praxisperspektive, aktuell das Thema Depotführung in der Schweiz. Der Schutz des Eigentums ist natürlich auch ein großes Thema, das schlägt in eine ähnliche Kerbe wie das, was wir eben gesehen haben. Also hier sehen wir vor allem auch Aspekte, die zum Teil gar nicht objektiv oder sachlich zu begründen sind, sondern Anleger sagen einfach, ich würde mich wohl damit fühlen mit einem Konto in der Schweiz, da habe ich ein Depot, da liegen x Euro drauf. Ich habe da noch mein Konto und das ist einfach für mich etwas vom Wohlbefinden. Ob das objektiv nachvollziehbar oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist so ein bisschen ein Gemütszustand, der wie gesagt aus unserer Perspektive natürlich aus diesen geopolitischen Erwägungen resultiert. Aber so ein bisschen schwingt auch noch da dieses ganze Thema Vermögensteuer, Eingriff des Staates in Eigentumsrechten natürlich auch mit. Ansonsten Schweizer Werte, kurzum Swissness, etwas was natürlich die Banken aus der Schweiz oder insgesamt Anbieter aus der Schweiz gerne promoten. Also dieses Thema Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, auch so ein bisschen Cleverness und Smartness, das spielt dann immer mit rein. So ein bisschen wie dieses Thema Made in Germany als Qualitätsmerkmal. Und ich glaube, das sind die typischen Motive, die wir hier sehen. Und wir wollen nun mal schauen bei den klassischen Fragestellungen der Depotführung, der Währung, ob diese Kriterien auch erreicht werden. Oder wo vielleicht auch teilweise ein Irrglaube vorhanden ist, vielleicht auch ein Irrglaube, der auf Meinungen oder Erfahrungen basiert, die vielleicht auch schon das eine oder andere Jahrzehnt alt sind. Von daher die Agenda, die Depotführung, was gilt es zu beachten, das ist natürlich ein Schwerpunkt, dann ausgewählte Fragestellungen bezüglich der Währung, der Schweizer Franken. Und abschließend noch ein unterschätztes Gestaltungsinstrument mit Zusatznutzen für die Vermögensplanung, weil es geht ja darum, ein Instrument der Vermögensanlage, sei es nun eine Vermögensklasse, wie Aktienanleihen, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle und deren Verpackungen natürlich nicht nur isoliert zu betrachten und zu überlegen, naja gut, wenn die Welt untergeht, dann muss es mir einen Mehrwert bringen oder ein Investment rechnet sich nur über die Steuer oder ein Investment macht nur Sinn, wenn die Zinsen niedrig sind, sondern der Anspruch muss natürlich sein, dass zumindest im Gesamtkonstrukt der Vermögensstruktur und auch der Vermögensplanung, was die Vermögensverpackungen betrifft und die Lagerorte natürlich dementsprechend, dass das auch Sinn macht in einem Szenario, wo wir zwar Krisen haben und Verunsicherung, aber eben die Welt nicht untergeht, also quasi die Welt dreht sich an der Stelle weiter. Und auch das muss man natürlich berücksichtigen, wenn die Emotionen gerade mal wieder hochschlagen, weil das wissen wir alle, unter emotionalem Stress treffen wir typischerweise langfristig nicht die besten Entscheidungen. Wir schauen uns also die Depotführung in der Schweiz an, worauf ist zu achten und hier natürlich mal die Punkte im Überblick. Zunächst, welche administrativen Aspekte gilt es zu berücksichtigen. Wir wissen ja auch, die Schweiz natürlich historisch mit dem Thema Schwarzgeld stark verhaftet, danach haben die Banken eine sogenannte Weißgeldstrategie implementiert. Die Kontoeröffnung in der Schweiz ist typischerweise mit verschiedenen Hürden auch verbunden. Wenn man ein Schließfach beispielsweise anmieten möchte, muss man natürlich auch gleichzeitig ein Konto haben. Also da gibt es schon viele administrative Dinge zu berücksichtigen, nicht nur bei der Eröffnung, sondern natürlich auch bei der laufenden Unterhaltung eines Depots, eines Kontos hier in der Schweiz dem entsprechen. Ein wesentlicher Punkt, das sehen Sie schon, das sind natürlich die steuerlichen Pflichten. In Deutschland haben Sie den Anspruch, dass Sie Ihre Konto- und Depotführung bei einer Bank haben, die entsprechend auch eine Erträgnisaufstellung liefert, die entsprechend auch Steuerbescheinigungen ausstellt am Ende eines ersten Quartals des Folgejahres, bei der wir durch die Einführung der Abgeltungssteuer auch einen sehr, sehr starken Automatismus haben, was natürlich auch dazu führt, dass man nicht so leicht etwas vergessen kann und auch nicht so leicht vielleicht eine Steuerverkürzung vornimmt, also gegebenenfalls Themen nicht deklariert, die man hätte deklarieren müssen und wenn ich das natürlich Geld, die Puchung bei einer ausländischen Lagerstelle habe, sei es ein Broker, der irgendwo innerhalb der EU sitzt oder sei es natürlich auch eine Bank innerhalb der Schweiz oder bei einem anderen ausländischen Institut, dann muss natürlich die Frage immer sein, welche steuerlichen Daten bekomme ich, teilweise gibt es Banken, die für ein Zusatzentgelt das erstellen, das geht dann los bei 15 Euro für eine sogenannte Erträgnisaufstellung, es gibt auch Banken, da reden wir über relativ hohe Beträge, wo man dann schon wieder Kosten nutzen bei kleineren Beträgen der Konto- und Depotführung wieder in Frage stellen muss und wenn wir über die steuerlichen Werte sprechen, dann geht es natürlich auch darum, welche Auswirkungen hat das auf meiner Anlagestrategie, also wenn ich beispielsweise nur zwei oder drei Fonds oder ETFs bei einer ausländischen Lagerstelle wie der Schweiz führe, dann kann auch der Steuerberater oder auch Sie selbst mit etwas Vorbereitung über die Belege, Sie haben Anschaffungskosten, Sie haben Veräußerungskurse und können Sie über die Teilpreistellungssätze mit überschaubarem Aufwand noch die steuerlichen Deklarationspflichten erfüllen. Haben Sie beispielsweise eine aktive Vermögensverwaltung in der Schweiz mit 50 Einzelwerten aus Aktien und Anleihen mit Dividenden, Quellensteuern und ähnliches, dann ist offensichtlich, dass der administrative Aufwand deutlich höher wird, sofern überhaupt vernünftig zu erfüllen ist, von daher muss man sich auch die Frage stellen, was sind eigentlich meine Ansprüche, suche ich eine aktive Vermögensverwaltung mit Einzelwerten in der Schweiz, dann ist es aus meiner Sicht zwingend, dass die Schweizer Lagerstelle, die die Vermögensverwaltung durchführt, auch entsprechende Daten konsolidiert nach deutschem Steuerrecht liefert. Wenn ich ohnehin nur Geld Cash halten möchte als eiserne Reserve und darüber hinaus noch eine Summe X, diversifiziert in drei, vier, fünf ETFs oder Fonds, dann bekomme ich das zur Not auch noch hin, wenn ich von der Bank keine Steuerdaten bekomme. Von daher, wenn Sie sich mit dem Thema Depotführung in der Schweiz beschäftigen, fragen Sie bei der Bank, welche steuerlichen Daten werden geliefert, überlegen Sie sich, welche Anlagestrategie Sie fahren möchten. Abgeleitet aus der Anlagestrategie resultieren Ansprüche an das Depotführende Institut und vergessen Sie an dieser Stelle bitte auch nicht Ihren Steuerberater, weil der muss das Ganze am Ende des Tages natürlich auch noch verarbeiten. Wir stellen oft fest, dass Anleger erst Entscheidungen treffen. Dann wird fröhlich Geld verwaltet, sei es selbst oder durch einen externen professionellen Marktteilnehmer wie Banken oder Vermögensverwalter. Und dann stellt man fest, Moment mal kurz, wir hatten jetzt hier 80 Wertpapiere und 160 Transaktionen inklusive Dividendenausschüttung, Quellensteuer und Co. Und dann stellt man fest, Moment mal kurz, die Bank liefert ja gar keine Daten. Und dann hat der Steuerberater natürlich viel Freude, was übersetzt heißt ein unheimlich großer manueller Aufwand, riesige Excel-Tapeten, ein enormer Aufwand in der Datenbeschaffung, das kostet natürlich alles auch Geld. Und wie gesagt, von daher sehen Sie schon diese Wechselwirkungen zwischen Anlagestrategie und Leistungsfähigkeit meiner Depotbank im Sinne der Nichterfüllung der steuerlichen Pflichten. Die liegen immer bei Ihnen, aber in den Unterlagen, die Ihnen hier zur Erhöhung gestellt werden. Also das wirklich ein großes Thema, was im Vorhinein hier zu berücksichtigen ist. Und wie gesagt, fragen Sie nicht nur, ob steuerliche Daten nach deutschem Steuerrecht geliefert werden, sondern auch, was es kostet, in welchem zeitlichen Umfang die geliefert werden. Also da hängen schon ein paar Themen hinten dran, weil natürlich Lagerstellen im Ausland führen keine Abgeltungssteuer ab. Ist erstmal ein kleiner Vorteil, weil man den Abfluss nicht hat, sofern entsprechend Steuern unterjährig anstehen. Aber am Ende des Tages ist auch die abgeltende Wirkung der Steuerpflicht nicht erfüllt. Das heißt, die Deklarationspflichten ist steuerpflichtig und das sind in erster Linie Sie als Anleger, die sind ein bisschen höher. Und auch das gilt es natürlich zu berücksichtigen, weil Sie wollen ja nicht gewisse Vorteile der Vermögensplanung durch Stress, mehr Zeitaufwand und mehr Kosten in administrativer Hinsicht hier erzeugen, sodass das Ganze konterkariert wird. Also das ist wirklich nicht ganz zu unterschätzen. Die Kernfrage, die man sich natürlich stellen muss, welches Problem löse ich denn eigentlich damit? Also bezogen auf die Anlagestrategie, also die inhaltliche Ausgestaltung, die Definition der strategischen Vermögensstruktur von Aktienquoten, Anleihequoten, also die Strukturierung auf der Ebene der Vermögensklassen, aber auch die inhaltliche Ausgestaltung. Eher klassische Anleihen, eher inflationsgebundene Anleihen, eher Unternehmen hoher Bonität, niedriger Bonität. Diese ganzen Fragen oder wie hoch soll die Edelmetallquote sein? Möchte ich Währungsabsicherungen tätigen von Euro gegenüber Dollar and so on? Also diese ganzen Detailfragen der Anlagestrategie, die lösen Sie natürlich nicht mit der Depotführung in der Schweiz oder sonst in einer Hülle, egal in welcher rechtlichen Hülle Sie das dann tun, sondern die bestehen natürlich weiterhin. Also von daher, die Lagerstelle im Ausland löst erstmal keine Fragen, was die inhaltliche Ausgestaltung der Anlagestrategie austrifft. Ein anderes Thema, was Sie oft sehen, dass man sagt, naja gut, bei der Bank in der Schweiz oder im Ausland fühle ich mich besser als bei der Bank in Deutschland, weil der Euro hat seine strukturellen Probleme. Vielleicht mal wieder die nächste Euro-Peripherie-Krise. Denken Sie an die Staatsschuldenkrise, die wir direkt nach der Finanzkrise im zeitlichen Kontext auch hatten, die dann von Mario Draghi mit der Whatever It Takes beendet wurde. Und da muss man natürlich auch sagen, klar, wenn ich mein Kontoguthaben auf verschiedene Banken verteile, dann streue ich zwar mein Gegenparteienrisiko, weil Guthaben bei der Bank sind ja eine Forderung gegen die Bank, ein Kredit, den ich der Bank zur Verfügung stelle, natürlich mit den diversen Einlagensicherungssystemen. Aber das Problem löse ich natürlich nicht singulär, indem ich eine Bank im Ausland wähle, weil am Ende des Tages das globale Finanzsystem ist natürlich sehr stark vernetzt. Und ich glaube, auch wenn Sie die Bilanz der Schweizer Notenbank betrachten, dann sehen wir dort ja auch, dass sie nicht ganz ohne Grund als weltweit größter Hedgefonds bezeichnet wird. Also auch hier muss man natürlich sagen, wenn man sich wirklich Gedanken macht über die Stabilität von Banken, über negative Konsequenzen der Thematik, dass Banken als Schuldner ausfallen können, insofern man dieses Extremszenario hat, was ab gewissen Vermögensgrößen immer zur Planung dazugehört, dann kann ich das Problem natürlich sehr einfach lösen, indem ich mich im Sondervermögen engagiere. Also sprich, wenn ich Banken isoliert nicht traue, dann kaufe ich eben kurzlaufende Anleihen, dann erwerbe ich eben Geldmarktfonds, weil dann habe ich mein Gegenparteienrisiko viel, viel breiter gestreut, weil ich Anleihen verschiedenster Emittenten oder von Staaten habe, wie beispielsweise Deutschland. Und ich bin im Sondervermögen, bin also bei der Insolvenz einer Bank nicht betroffen, weil mein Anspruch auf Herausgabe auf die Wertpapiere natürlich besteht, weil im Gegensatz zur Kontoguthaben sind Wertpapiere nicht im Eigentum der Bank, sondern diese werden nur verwahrt. Also wesentliches Argument aus unserer Sicht dementsprechend ist die Diversifikation der Lagerstellen. Also sprich, ich ändere nichts an meiner Anlagestrategie, sondern ich setze einen Teil meiner Anlagestrategie lediglich im Ausland um. Und wenn man das jetzt mal mit den administrativen Aspekten in den Gesamtkontext setzt, dann könnte es beispielsweise so sein, dass man sagt, naja, ich habe auf der einen Seite meine aktivere Vermögensverwaltungsstrategie in Deutschland, da bekomme ich sehr solide alle Steuerdaten geliefert, habe also hier keinen zusätzlichen Aufwand. Noch dazu, das muss man auch sagen, die Kosten in der Schweiz sind natürlich typischerweise ein gutes Stück höher als das, was wir in Deutschland auch gewohnt sind, was Bank und Wertpapier verbundene Kosten betrifft. Also auch das muss man berücksichtigen. Und da kann man natürlich sagen, ich habe meine aktive Vermögensverwaltung in Deutschland, bei einer Bank vielleicht kein Großgeliebgeschäft, kein Investmentbanking betreibt. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben meine Lagerstelle in der Schweiz, da habe ich mein Konto mit Euro, Franken, auch Dollar. Und zusätzlich eben in meinem Wertpapierdepot drei, vier Fonds, die ich einmal halte, halte sie sehr dauerhaft und langfristig, habe wenig Transaktionen und bekomme vielleicht im Idealfall noch für kleines Geld. Bei einer Fondslagerstelle ist das möglich, für 15 Euro noch meine Erträgen ist aufgestellt. Und das eine Kombination, bei der man, glaube ich, verschiedene Motive ganz gut bedient, ohne zu sehr administrativen Aufwand zu erzeugen und ohne ein Konstrukt aufzubauen, was sich nur im absoluten geopolitischen Krisen-Extremfall hier auch irgendwie wirtschaftlich rechnen kann. Kommen wir nun zur Währung. Klar, der Schweizer Franken als Fluchtwährung, auch das schauen wir uns hier an. Ich glaube, die deutliche Aufwertung in der Vergangenheit ist allen von uns bekannt. Wenn wir mal in der Schweiz zu Besuch sind, das Lohnniveau, das Preisniveau insgesamt ein anderes. Hier sehen wir die Entwicklung des Euros gegen den Schweizer Franken. Wir sind auf die Parität entsprechend gelaufen. Und das heißt natürlich spiegelbildlich, dass der Franken gegenüber dem Euro deutlich aufgewertet hat. Und das merken Sie natürlich auch, wenn Sie Vermögenswerte halten, die zum Beispiel im Schweizer Franken notieren. Die meisten von Ihnen werden mittelbar über ETFs, über Fonds in Schweizer Aktien investiert sein. Weil einfach im europäischen Aktienmarkt, wenn wir nicht nur auf die Eurozone schauen, sondern Europa als Ganzes, dann haben Sie natürlich Konzerne wie Roche, Novartis, Nestle, die entsprechend prominent vertreten sind. Von daher viele Anleger, wenn sie in europäischen Fonds investiert sind, haben ohnehin eine gewisse Quote natürlich an Schweizer Aktien im Portfolio, die entsprechend auch im Schweizer Franken notieren. Will man Aktien und Anleihen an der Stelle außen vor lassen und sich rein auf die Währung fokussieren, dann auch hier wieder der Gesamtkontext. Klar, die Geldmarktzinsen im Schweizer Franken sind deutlich negativ, minus 0,75 Prozent. Also da ist nichts gewonnen, wenn ich mich im Franken engagiere gegenüber dem Euro. Die Frage im Kontext ist da ein deutlicher Mehrwert zu deutschen Bundesanleihen. Wenn man sich da den Verlauf anschaut, wenn Sie die zehnjährigen Papiere nehmen, auch da jetzt der jüngste Zinsanstieg, den wir bei den deutschen Bundesanleihen gesehen haben, den haben wir in ähnlicher Weise bei den zehnjährigen Schweizer Papieren gesehen. Und wenn es mir als Anleger rein um die Fremdwährung geht, also ohne die Investition in Wertpapiere, dann kann ich natürlich auch bei nahezu jeder deutschen Bank ein Fremdwährungskonto eröffnen. Wir empfehlen das auch bei Kunden in der Beratung, in der Vermögensverwaltung. Das heißt, in vielen Fällen wird hier auch ein kostenfreies Fremdwährungskonto mit eröffnet. Das heißt, die Kontoführung kostet erstmal nichts. Man muss aber immer berücksichtigen, wenn ich natürlich Euros in die Währung tausche und zurücktausche, entstehen natürlich Kosten, wir haben den Spread, der zu berücksichtigen ist. Aber grundsätzlich Fremdwährungskonten sind natürlich bei jeder Bank oder bei vielen Banken entsprechend auch hier zu führen. Und die Frage, die man sich stellen muss, wenn man das Ganze zusammenführt, gegen Parteien, Risikobank plus fremde Währung, dann ist ja eigentlich die Kombination, das ist interessant, und dann erwerbe ich ein Wertpapier, dann bin ich im Sondervermögen, das im Schweizer Franken notiert. Ich kann mir natürlich Anleihen aussuchen, des Schweizer Staates, von Schweizer Unternehmen oder von supranationalen Institutionen oder auch Unternehmen, die eben auch, obwohl sie vielleicht ihren Sitz in Deutschland, in den USA, in UK haben, Anleihen im Schweizer Franken begeben. Ich kann es mir einfach machen, kann einen Rentenfonds erwerben, das Ganze diversifiziert, sei es aktiv oder als passiven ETF. Also von daher die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den Schweizer Franken berücksichtigen, um innerhalb meiner Währungsstruktur eine Diversifikation zu haben, weil es mir vielleicht nicht ausreicht, über eine globale Verteilung im Dollar, im Franken, im Yen, im britischen Bund investiert zu sein. Die Möglichkeiten stehen, die als Instrumente auch zur Verfügung können, bei jeder Bank in Deutschland natürlich auch beliebig umgesetzt werden. Aber auch hier, denken Sie mal dran, welche Rolle spielt der Schweizer Franken in der gesamten Anlagestrategie? Das eine ist zu sagen, ich bin global diversifiziert in Aktien und dementsprechend habe ich natürlich auch Schweizer Franken als Nebenprodukt der Aktien und der Unternehmen im Portfolio, genauso wie ich den Dollar habe, weil ich natürlich in US-amerikanische Aktien investiere. Und da stelle ich immer die Frage, will ich das nach weiter detaillierter auffächern, weil die Wechselkursschwankungen, die sind natürlich ein Thema und insbesondere in einer Phase, wo wir vielleicht doch sehen, dass im Euro mal die Zinsen etwas nach oben gehen, nicht dramatisch, aber etwas nach oben gehen und die Schweiz hier vielleicht etwas langsamer nachzieht, dann bleibt ja natürlich die Frage, was heißt das fundamental für die Kapitalflüsse, weil irgendwann wird sich vielleicht auch mal dieses Thema Ukraine auch entsprechend als Thema in der Relevanz nach unten reduzieren. Es gibt hoffentlich einen wie auch immer gearteten Friedensvertrag, zumindest dass die Kämpfe sich hier entsprechend reduzieren, auch dann verliert sich natürlich ein bisschen geopolitische Unsicherheit, dann geht Unsicherheit aus den Energiepreisen, das reduziert den Inflationsdruck, das sorgt wieder etwas für Entspannung bei den Notenbanken. Also man muss sich schon klar machen, der Schweizer Frank als solches ist natürlich nicht risikolos, weil am Ende des Tages hat er natürlich eine Schwankung gegenüber ihrer Heimatwährung und von daher, wenn Sie über Risiken nachdenken, denken Sie mal, was bedeutet das? Gold ist ja auch kein risikoloser Vermögenswert. Gold hat, klar, kein Gegenparteienrisiko, das stimmt, aber es schwankt natürlich ähnlich stark wie der Aktienmarkt. Also in Sachen Schwankungsbreite ist Gold eher ein Ersatz für Aktien und vom Risiko her der Aktienquote zuzurechnen, wohingegen natürlich Geldmarkt, kurzlaufende Bundesanleihen oder Kontoguhen haben, minimale Schwankungen haben. Also von daher auch hierbei nicht blind agieren, sondern im Gesamtkontext der Anlagestrategie aus finanzieller Risikotragfähigkeit, finanzieller Risikobereitschaft, dann schauen, was macht Sinn und was sind vielleicht Übertreibungen aufgrund der aktuellen Gefühlslage und was sind Themen, die eben noch im vernünftigen Rahmen einer Krisenvorsorge einzuordnen sind. Kommen wir zu einem unterschätzten Vehikel für die Vermögensplanung und das ist jetzt wirklich mal was Ungewöhnliches, aber mir ging es ja nochmal darum, Ihnen auch zu zeigen, welche Themen gibt es zu berücksichtigen. Wir haben Kunden mit Depotführung in der Schweiz auch schon sehr lange, das funktioniert auch sehr gut. Und wir haben auch Schweizer Kunden, die auf uns zukommen, sind aktiv und Fragen im Bereich der Vermögensplanung haben, was die Depotkonstruktion entsprechend angeht. Aber hier jetzt mal das Thema unterschätztes Vehikel für die Vermögensplanung, weil wir haben ja etwas gesucht, wo wir sagen, okay, wir haben gewisse Ansprüche und die Ansprüche habe ich hier mal zusammengefasst und aus der Praxis. Also Möglichkeit zur Depotführung meiner Bank in der Schweiz. Ob jetzt mehr oder weniger subjektive oder objektive Gründe, das können Sie nach meinen Ausführungen selbst beurteilen. Typischerweise ein sehr geringes Gegenparteienrisiko, Stichwort Bankguthaben. Abbildung mehrerer Währungen und Vertragsführung im Schweizer Franken ist ein Aspekt, der oft auch gewünscht wird, also eben nicht nur Wertpapiere im Schweizer Franken zu haben, sondern eben auch die Kontoführung direkt im Schweizer Franken, dass alles im Franken abgewickelt wird. Also quasi gar nicht über Euro, sondern ich kaufe vielleicht sogar meinen im Dollar notierenden US-Aktien-ETF über mein Schweizer Fremdwährungskonto und im Fall der Fälle den Euro als Abwicklungswährung gar nicht zu benötigen. Im Idealfall, das ist ganz wichtig, ich konnte Sie hoffentlich dafür sensibilisieren, dass man die administrativen Themen berücksichtigen muss. Wir wollen ja eigentlich keinen zusätzlichen Aufwand und Unsicherheiten, vor allem bei den steuerlichen Deklarationspflichten, weil wir wollen ja unseren steuerlichen Pflichten nachkommen, wir wollen sicherstellen, dass nichts untergeht und dass auch beim Steuerberater nicht zu viel Aufwand und Kosten entstehen. Also alles in allem, wir wollen Mehrwerte in der Vermögensplanung, die nicht nur auf einem extremen Krisenszenario basieren, wo Sie quasi mit Ihrer letzten Tankfüllung das gerade über die Schweizer Grenze schaffen und dann nochmal Ihre 10 Silberunzen aus dem Schließfach holen oder mit der Schweizer Kreditkarte noch im Endeffekt Ihr Hotelzimmer bezahlen können, weil die Eurozone komplett zusammengebrochen ist. Also es geht ja wirklich auch um diese Thematik, was passiert, wenn wir zwar Krisen haben, aber ich sage es mal so, kein Sodom und Gomorra, also keine Verrohung aller Sitzen und einen kompletten Zusammenbruch des Systems in der Eurozone, wo man sich ja dann auch die Frage stellen müsste, wenn es in der Eurozone zu einem sehr unklosiblen Totalausfall kommen würde, was würde das dann eigentlich auch für die Schweiz bedeuten, auch für die Schweizer Notenbank, für die Handelsbeziehung Schweiz, Europa und Ähnliches. Also da stehen viele Themen hinten dran. Von daher, der Schwenk zur Vermögensplanung, die all das kombiniert und da werden die einen oder anderen vielleicht ein bisschen skeptisch schauen, weil der Begriff sehr negativ belegt ist, aber aus unserer Erfahrung sind damit sehr viele Kriterien zu erfüllen und zwar, indem man eine Versicherung in Lichtenstein wählt, also auch in einem zugegebenermaßen sehr kleinen Land mit sehr geringer Verschuldung, hoher Bonität und sehr dienstleistungsorientiert, was in der Vergangenheit ja oft mit steuerlichen Themen negativ aufgefallen ist, die man aber erledigt hat mittlerweile. Das heißt, man wählt eine Lichtensteiner Versicherungsstruktur mit einer Schweizer Lagerstelle, also einer Schweizer Bank. Ich kann sogar die Vertragsführung ab gewissen Größenordnungen, typischerweise eine Viertelmillion, auch die komplette Vertragsführung in Euro wählen und dann habe ich letztendlich meine Schweizer Banklösung, aber ich habe einen Mantel drumherum, der dafür sorgt, dass das Ganze nach deutschem Steuerrecht anerkannt wird. Das heißt, deutsches Steuerrecht und vor allem auch keine Deklarationspflichten während der gesamten Vertragslaufzeit und bei Fälligkeit des Vertrages ganz normale Steuerpflichten, die wir sehen in Deutschland, haben Abgeltungssteuerregime oder die sogenannte 1262-Regel bei Entsprechung der Vorgaben. Wenn ich dann das Ganze noch nehme und abwäge bei gewissen Vermögensgrößen als Instrument der Vermögensplanung, weil ich mit einer Versicherungsstruktur sehr gut Bezugsrechte anpassen kann und auch Strukturierung im Rahmen der vorweggenommene Erbfolge vornehmen kann, also beispielsweise, ich zahle in einem Vertrag Geld ein, schenke 90% des Vertrages an meine Kinder, dann habe ich die Möglichkeit, eben auch Vermögen zu übertragen, vielleicht im Rahmen der Freibeträge, gleichzeitig aber über meine 10% Anteil an dem Vertrag den Daumen auf den Vertrag zu haben, weil eben die Kinder nicht allein entscheiden können, sondern ich mit meinen 10% kann mitagieren. Also von daher, was wir sehen ist, dass im Rahmen der Vermögensplanung bei den Versicherungslösungen ein unheimlich interessantes Vehikel sind, wenn ich dort die Lagerstelle Schweiz implementiere, vielleicht sogar noch die Vertragsführung im Schweizer Franken, dann habe ich hier wirklich alle Kriterien erfüllt und aus unserer Sicht da ein Aspekt, den man auch zusätzlich überlegen muss, weil die Vorteile hier in der Vermögensplanung und in der Steuerstundung nach deutschem Recht eben erfüllt werden, ohne dass ich irgendwelche steuerlichen Risiken und zusätzlichen Administrationsaufwand habe, weil es gibt ja eben keine jährliche Steuerdeklaration. Also das wollte ich Ihnen mitgeben, es gibt auch Fälle, da macht die Kombination Sinn, da gibt es, machen wir es mal sehr breit, da gibt es die Vermögensverwaltung in Deutschland eher aktiver, dann gibt es die Lagerstelle in der Schweiz, wo eher statisch 3, 4 Fonds und ETFs liegen, aber diese Gelder sind alle noch zugunsten der Seniorengeneration und dann gibt es die Versicherungslösung mit einer Lagerstelle in Deutschland, Liechtenstein oder der Schweiz, bei der man den Vermögenskontext generationsübergreifend entsprechend spannt, weil das ist auch klar zum Thema Vermögenserhalt, zum Thema Kaufkraft, der Halt sehen natürlich nicht nur die laufenden Steuern oder das Thema Inflation, sondern auch die Vermögensbelastung beim Übergang in die nächste Generation und da auch das Motiv der Seniorengeneration da ist, noch den Daumen für eine gewisse Zeit draufzuhalten, steht neben den Lösungen einer Vermögensverwaltenden Familiengesellschaft, vielleicht in Form einer GmbH oder einer KG, je nachdem ob sie Immobilien, Wertpapiere oder was auch immer halten, muss man sagen, da hat die Versicherungslösung in der Netto-Betrachtung nach Aufwand und vor allem auch Kosten deutliche Vorteile und das wollte ich an der Stelle auch nochmal anbringen, weil wir ja auch hier in der Praxis ein sehr positives Feedback bekommen haben, weil diese Idee, vor allem diese Kombination, die Vorteile abbildet, die nicht nur auf dem Weltuntergang basieren, hier dann doch ganz interessant ist. Also wie gesagt, das natürlich nur an Ideen, für wen was passend ist, hängt an sehr vielen Präferenzen, hängt natürlich auch an eigenen Einstellungen der Familienkonstellation und viele mehr, von daher darf ich sie natürlich nur an dieser Stelle gerne auf unseren YouTube-Kanal oder auf unsere Webseite verweisen und ich würde nun an dieser Stelle mich bei allen bedanken, die uns nun verlassen und zum Mittagessen gehen und wer noch Lust und Laune hat, der kann natürlich gerne hier in die Fragerunde einsteigen. Ansonsten, alle die uns verlassen, Ihnen wünsche ich natürlich sehr schöne Osterfeiertage, erholen Sie sich gut, genießen Sie die Zeit mit der Familie, bleiben Sie vor allem gesund und dann sehen wir uns auch wieder mit unseren Webinaren dann eben ab der nächsten Woche.